Hi Leute, Dion Rendon wieder mit dem Toiletten-Talk. Kennt ihr das, wenn ihr auf öffentlichen Toiletten seid? Guckt mal hier, schaut ihr. Hallo? Was soll denn das? Ich mach hier nen Vlog. Hört ihr auf, auf der Toilette zu reden? Ich mach hier grad nen Vlog, verdammte scheiß normales Toiletten-Talk. Da können Sie nicht mit woanders hingehen. Können Sie nicht auf ne andere scheiß Toilette gehen. Hallo? Entschuldigen Sie mal, könntest du bitte aufhören jetzt? Ich versuche hier nen Vlog zu machen. Lecko, Fanny, hören Sie auf auf der Toilette zu reden. Bitte, ich möchte nur ganz kurz hier mal, einmal ganz kurz zeigen, wie diese Toilettenrolle hier angebracht ist. Die ist halt falsch rum angebracht, verdammte scheiß. Jetzt hören Sie doch mal auf, es reicht jetzt wirklich mal.